Ciao Leute, was geht denn? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich hab wieder richtig gute Laune und hab extrem Bock, mir die Laune jetzt direkt zu versauen. Und zwar guck ich mir heute wieder Revi-Memes an, Leute, die ihr erstellt habt. Thomas hat mir wieder Revi-Memes... Thomas hat mir wieder Revi-Memes aus dem Internet rausgesucht, meine Freunde. Und ich bin absolut nicht gespannt, was ihr da wieder zusammengetragen habt für Müll. Ich weiß, dass es immer wieder... Also, ich sag mal so, es gibt mit jeder Folge geht's eigentlich immer weiter bergab. Und irgendwann müssten wir doch eigentlich den Bodensatz der Zivilisation erreicht haben. Vielleicht sind wir bald schon da, ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal rein, meine Freunde. Revi-Memes ist ein Format, in dem ich mir Memes anschaue, die ihr mit meinem Gesicht erstellt habt. Und meistens ich lache, sondern einfach nur outcringe und mir irgendwann im Video das Leben nehmen möchte. Also schaut unbedingt bis dahin. Beginnen wir mit dem ersten Bild. Hier steht, meine Freundin heißt genauso wie meine Schwester. Das ist voll doof. Immer wenn wir Sex haben, muss ich an meine Freundin denken. Mann. Warum sind Inzucht-Memes so ein Ding geworden? Ich verstehe es nicht, Alter. Meine Freundin heißt genauso wie meine Schwester. Das ist voll doof. Immer wenn wir Sex haben, muss ich an meine Freundin denken. Weil ich habe mehr Sex mit meiner Schwester und dann denke ich an meine Freundin. Boah, ey, Leute. Es geht zu weit. Lasst uns das Brot brechen und gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich schwöre dir, wenn du noch einmal reißt, verrate ich dich. Tu das, Judas. Mann, Alter. Lasst uns das Brot brechen und gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich schwöre dir, wenn du noch einmal reißt, verrate ich dich. Dieser Gesichtsausdruck von Mo ist sehr passend. Tu das, Judas. Und dann mit dieser Wodka Gorbatschow und diesem Cheeseburger. Wer kennt es nicht, meine Freunde? Das letzte Abendmahl in einem komplett leeren Raum mit zwei Leuten und einer Flasche Wodka Gorbatschow und einem Cheeseburger. Genauso ist es damals gewesen, meine Freunde. Ich war gestern im Theater. Es war eine coole Vorstellung. Wer hat sich denn vorgestellt? Ja, auf jeden Fall schon mal nicht das Niveau an der Stelle hier. Da kann ich auf jeden Fall auch nur sagen, dass dieser Smiley hier das Ganze noch doppelt so schlimm macht. Bitte nutzt diese Emojis nicht, meine Freunde. Also ganz ehrlich, das ist Cancer pur. Das ist straight up pain in den Venen, Leute. Das tut weh, wenn man das sieht. Wenn meine Augen das aufnehmen, schmerzt das. Der Witz ist scheiße. Das Bild von Sascha passt nicht. Mein Bild passt tatsächlich ganz gut, aber das von Sascha, also irgendwie. Ja, nee, ist lustig. Da muss ich auf jeden Fall zwei von zehn Lacher abgeben. Heute werden Kiefer gebrochen. Und Revi, drei plus Holzfäller. Digga, ist das dein Wasserzeichen, dieses Scheiß, dieser Scheiß-Smiley? Ist das sowas wie ein Watermark? Mann, Alter. Heute werden Kiefer gebrochen. Revi, drei plus Holzfäller. Weil Kiefer ist ja auch ein Baum und nicht nur ein Teil vom Körper. Mann, Alter. Wieso? Wieso? Papa, darf ich Bandejumpen gehen? Nein, dein Leben hat mit einem gerissenen Gummi begonnen. Jetzt soll es auch nicht noch so enden. Mann, Leute, ich weiß auch nicht, ey. Es ist einfach nur Schmerz da für mich. Und außerdem wäre das eine Sache, die ich niemals zu Alphastein sagen würde. Ich würde sagen, ja, bitte, mein Sohn, spring. Nimm dieses Seil und spring und tu dir weh und stirb, bitte. Das würde ich zu Alphastein sagen. Was frisst der eigentlich da? Ich glaube, ist das ein Haufen Scheiße, Alter? Kakaoboden oder sowas, ja, keine Ahnung, Alter. Auch wie Bungee hier gesprungen ist. Bun-je. Bun-je. Jumpen-girn. Bun-je-jumpen-girn. Ja, Bun-je. Wer kennt's denn ich? Bun-je. Diese unnötigen Emojis regen mich auf. Oh, Scheiße, Alter. Oh, YouTube-Memes sind so, oh, 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 oh. Diese unnötigen Emojis regen mich auf, weil es ja eine Regenwolke ist. Ich habe einfach Bock, ey. Ich muss den Schmerz, der in mir aufkommt, mit anderem Schmerz bekämpfen. So schlimm ist es schon, Leute. So schlimm ist es schon, Alter. Nee, ist nicht geil. Ist einfach nur, einfach nur ätzend. Vor 15 Jahren hatte ich mit 5 Euro in meiner Brieftasche Eier, Butter, Milch und Zigaretten aus dem Supermarkt mitgebracht. Heute haben die überall Kameras. Weil man denkt zuerst, dass vor 15 Jahren alles günstiger gewesen ist und man vor 15 Jahren mit 5 Euro Eier, Butter, Milch und Zigaretten bekommen hat. Was auch vor 15 Jahren nicht möglich gewesen ist, weil Kippen immer, glaube ich, sehr teuer gewesen ist. Aber heutzutage haben die alle Kameras und das war ja vor 15 Jahren nicht so. Und das ist halt der Witz, das ist mega Meta so. Das ist krass. Ja. Ja, Mensch. Wie neugierig bist du auf einer Skala von 1 bis 1 bis 10? Ditte, darf ich die Skala mal sehen? Oh, shit, Alter. Das passt auf jeden Fall sehr gut zu Paluten. Ich glaube, das... Was hat der da an, Alter? Wo ist... Palle, was trägst du da? Ist das ein Feuerwehr-Outfit, Alter? Oder ist das ein Ski-Outfit? Ich weiß es nicht. Aber ja, ähm... An der Stelle muss ich sagen, das finde ich gar nicht so schlecht. Ich weiß auch gar nicht... Warum sehe ich in manchen Videos so verkrackt aus, Alter? Was ist eigentlich mit mir los, Alter? Was stimmt eigentlich mit mir? Vielleicht soll ich mal ordentlich schlafen, Leute. 1 bis 10? Dann darf ich die Skala mal sehen? Ja, hi, ey, Katul. Ja, ist auf jeden Fall ein Meme, was ganz gut passt. Es spricht auch auf jeden Fall für Paluten an sich. Kurs gehen raus an Paluten. Wie geht's dir eigentlich? Meld dich doch mal. Hey, was machst du denn so in deiner Freizeit? Sollen wir nicht mal zusammen Fortnite spielen? Meine Freundin will mit mir über mein kindisches Verhalten reden. Aber ohne das Geheimwort kommt sie nicht in meine Kissenburg. Oh Mann, Alter. Dazu dann auch noch diese Behinderten-Ohren, die ich immer aufhabe, ey. Ja, auf jeden Fall. Too honest wieder an der Stelle, ne? Jodie darf auf jeden Fall nicht in meine Kissenburg rein, weil das ist meine Kissenburg. Und in meiner Kissenburg herrschen meine Regeln. Und ja, wenn sie das Geheimwort nicht kennt, dann braucht sie gar nicht erst versuchen, da reinzukommen, weil das ist nämlich meine Kissenburg. Und da kommt nämlich nur jemand rein, der das Geheimwort kennt. Darf ich deine Brüste als Motivation anfassen? Deine sollten Motivation genug sein. Hä? Darf ich deine Brüste als Motivation anfassen? Deine... Ich hab keine Brüste, ich bin ein Mann. Das macht gar kein... Thomas, verstehst du das Meme? Ja, weil du fett bist und Männerbugs hast. Ja, aber ich bin ja nicht fett und das ist ja nicht witzig. Wenn ich jetzt Sturmwaffel wäre, dann wäre es witzig, aber ich bin ja nicht fett. Ja, weil es sind ja Regeln-Memes und keine witzigen Mems. Ah. Wo ist denn mein Bier? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, aber da ist es auch nicht. Aktiv lustig. Ja, nee, ist witzig, weil auf meiner Uhr ist das Bier auch nicht. Und Jordi will mir sagen, hey, vielleicht hast du ein Alkoholproblem. Und ich sag, nee, ich hab kein Alkoholproblem, weil das Bier... Ich hab ein Alkoholproblem, weil das Bier ist nämlich nicht auf meiner Uhr drauf. Da, wo ich es ja sonst auch immer hab. Wie geht ihr eigentlich an so eine Sache ran? Googelt ihr einfach Flachwitze und dann sucht ihr euch Bilder raus oder erzählt euch den ganzen Tag Flach... Ich würde gerne wissen, wie der Schaffensprozess eines solchen Memes ist. Geht ihr ins Internet und sucht bekatzte Witze 25.04.2019 und sucht euch den schlechtesten Witz des Tages aus und macht daraus ein Meme? Oder geht ihr hin und erzählt euch diese Witze wirklich in der Freizeit? Das wäre extrem traurig. Falls ja, dann würde ich gerne mitmachen. Laden euch mich in die WhatsApp-Gruppe ein. Ich will die ganze Zeit lachen. Migräne, Verspannung, Stress, wenn ein Alkoholstein-Marie-Video war. Ja! Das ist ein Meme! Das ist ein Meme, Leute! Wisst ihr warum? Weil das ein Meme-Template ist, was man kennt. Das sind nämlich keine verf***ten und dreckigen, seltsamen Flachwitze, sondern das ist ein anständiges Meme-Template. Korrekt, halbwegs korrekt, ins Deutsche übersetzt. Das hast du gut gemacht, Revi-Meme. Ich würde dir gerne, Thomas, gib mir mal die goldene Banane. Revi-Meme, dafür gibt es... Ich hab dich fertig gemacht in diesem Video. Aber für diese tolle Leistung bekommst du den Meme-Award der Woche. Und zwar einmal die goldene Banane. Bitteschön, danke dafür. Die hast du dir redlich verdient. Ich halte das mal anders aus. Sieht nämlich echt so seltsam aus. Revi-Meme, ganz gut. Ich möchte solche Memes sehen. Ich möchte Memes mit einer Ebene sehen. Ich möchte, dass ihr auf Reddit geht und euch Meme-Template runterladet aus dem Reddit-Meme-Economy und das mit mir verbindet. Versteht ihr, meine Freunde? Das sind Memes. Das sind Memes. Ich verliere meine Stimme, Alter. Ich werde hier... Oh Gott, jetzt ist hier das Mikrofon umgefallen. Auf einer Waage, den Bauch einzuziehen, bringt sich nix. Bringt sich nix. Ich will doch nur die Zahlen. Okay, so viele Fragen. Erstmal, wie kann man Waage falsch schreiben? Zweitens, warum ist das in Comic Sans geschrieben mit einem Outline? Drittens, warum ist dieser hässliche Emoji da drauf? Und viertens, was ist mit einem Satzbau? Auf der Waage, den Bauch einzuziehen, bringt sich nix. Auf der Waage, den Bauch einzuziehen, bringt sich nix. Auf der Waage, das willst du mir sagen. Ich will doch nur die Zahlen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Scheiße. Ich verliere meine Stimme, Alter. Das ist... Lustig. Es ist lustig. Ja, 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 witzig. Papiere, Schere, gut. Hansi, weiter. Ja, nee, ja, ja, nee. Macht Sinn, macht Sinn. Finde ich witzig. Finde ich gut. Das passt. Shoutout auf jeden Fall an der Stelle an meine Frisur, die an dem Tag gar keinen Bock hatte, irgendwie halbwegs aufrecht zu stehen. Das kennen wir von anderen Körperteilen von mir. Ich halte das Maul und gehe mich zu sehr ins Detail. Machen wir mal weiter. Was machst du eigentlich beruflich? Ich studiere Dual. Hast du mich gerade Al genannt? Ich studiere Dual. Alter, Mann, ey. Also ganz ehrlich, da, da, da weiß ich auch, da weiß ich auch einfach nicht. Da weiß ich einfach nicht. Da weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll, außer mit einem... Ey, was hast du bei Aufgabe 3 raus? Sind das Error? Keine Ahnung, ob das stimmt. Voll witzig, weil, weil, sind das Error ist... In der Info mache ich halt die Fresse. Ich brauche sie zu erklären. Ist einfach Schatze. Ich muss unbedingt mein Fahrrad reparieren. Ich schiebe es seit Tagen vor mir her. Die Reparatur oder das Fahrrad? Das ist ja jetzt hier wieder... Meta, ey. Wortwitz. Wort? Wortwitz, Leute. Hallo. Dinge, bei denen sich gefragt sind, wie die da hingekommen sind. Ein Auto. Ein Pferd in einem Zaun. Review auf Platz 1 der YouTube-Trends. Ein Auto... Das sind auch Memes. Das ist witzig und das finde ich gut. Siehst du hier? Ich lache. Ich lache. Witzig. Witzig. Es ist wirklich gut. Das finde ich gut. Mach bitte weiter so. Wenn mich die Leute fragen, was geht ab, male ich ihnen nichts auf die Stirn und sage, Eddie schon mal nicht. Gatja, fam. Gatja. Dab, Alter. Dab. Lips. 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 Es wird schon nichts passieren. 26 Jahre später. Ja, nee. Meine Mutter hat in der Schwangerschaft sehr viel geraucht und gesoffen. Auch ein Meme-Template. Finde ich gut. Wir entwickeln uns in eine gute Richtung, Review-Meme. Du machst das gut. Du bist jetzt Leitbeispiel. Hör auf mit diesen vier Panel-Memes mit einem komischen Gesicht an und so. Außer sie sind witzig. Dann mach weiter. Und das war es auch schon wieder von dieser Odyssee, meine Freunde. Wir sind am Ende angelangt und ich kann noch gar nicht mehr sagen als Maul. Das war es von diesem Video. Nutzt meinen Creator-Kon im Fortnite. Lasst einen Daumen nach oben da. Und verpisst euch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.